Auf der ISPO Bike 2012 stellte die eZiegler Metallbearbeitung AG eine Vielzahl von innovativen Produkten dem interessierten Fachpublikum vor. Mit ihren neuen E-Bike und Pedelec-Ladestationen sorgte Ziegler in diesem Jahr für besonders viel Aufmerksamkeit. Wir haben uns spezialisiert auf Komplettlösungen für das sichere Abstellen und Laden von Fahrrädern, Pedelecs und E-Bikes. Ziegler bietet entsprechende Abstellanlagen für jeden Bedarf. Vom cleveren Lenkerhaltesystem bis zur abschließbaren Überdachung mit Lademöglichkeit für E-Bikes. Neu im Programm für abschließbare Fahrradboxen und Stellplätze ist der Energy Terminal mit eingebautem RFID-Laser zur Erkennung der Fahrrad-ID. Dabei sind die wichtigsten Komponenten wie Akku und Antrieb vor Diebstahl, Vandalismus und Witterung geschützt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017